Wir haben Kulikan im Jahr 2016 gründet. Wir sind ein umgebundener Versicherungsbroker. Das bedeutet, wir arbeiten im Auftrag der Menschen und nicht im Auftrag der Versicherungsgesellschaften. Wir arbeiten mit sehr vielen verschiedenen Arten von Dokumenten. Einerseits Anträge, andererseits Polissen oder Schadensmanagement. Auch Notizen von Kunden an Gesprächen müssen wir irgendwo ablegen können. Wir haben eine einfache, schnell implementierbare Software-Lösung gesucht, die auch hardwareunabhängig ist. Wir wollten eine eigene Hardware aufbauen. Idealerweise hat Grafax dort eine sehr gute Lösung angebaut. Die GDX Cloud hat uns sehr viele Arbeitsschritte vereinfacht. Heute können wir beim Kunden direkt seine Polissen scannen und im Büro wieder abrufen. Der grösste Nutzer des Ganzen ist aber der Zeitfaktor. Man findet sehr schnell die Dokumente, weil man dann das entsprechende Keyword eingeben kann. Das kann beispielsweise ein Kundenname sein. Es kann aber auch der Name vom Dokument an sich sein. Das System zeigt uns sofort das entsprechende Dokument an. Datenschutz ist ein aktuelles Thema. Unsere Kunden vertrauen uns sehr sensible Daten an. Dem Vertrauen möchten wir Rechnung tragen. Darum haben wir uns für einen Standort der Server in der Schweiz entschieden, da die Schweiz für sehr hohe technische Standards steht. Wir sind von der Grafax sehr gut beraten worden. Sie sind auf unsere Bedürfnisse eingegangen und haben nach den passenden Lösungen gesucht. Das Schönste ist aber gesehen, dass sie als Personen zu erleben können. Sie sind wirklich gute Leute dort. Das ist für uns eigentlich auch immer das Wichtigste. Das Persönliche, das Menschliche. Und aus dem her können wir Grafax wirklich von ganzem Herzen weiter empfehlen. Bis zum nächsten Mal.